Die Zugfahrt Jetzt geht's rund, erst die Oma, dann der Hund, wir switchen rüber und let's rock Wenn du das nachts erlebst, hast du einen schönen Rotraum Immer her damit Hallo, ich bin Marcel Davies Oh mein Gott, wenn der Scanner im Laden so wäre, ich würde nie wieder einkaufen gehen Leider für Kundenzufriedenheit Warum macht der Computer so ein Geräusch? Ja, das jetzt frage ich mich auch gerade Der schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war, der ein Buch zu lange behalten hat Sowas kann Marcel Davies auch Und er ist sogar auf dem Monitor Ähm, ich hab dieses Buch zu lange behalten Papa Wutz, so schlimm wird es wohl nicht sein Oh oh, da kommt gleich Marcel Davies vorbei, ich werde abhauen Oh ist, eins und eins Was? Sie haben dieses Buch ja schon seit zehn Jahren Und wir gehen erst wieder Ich kann mal zehn Jahre nur ein Buch vergessen, ich hab schon mal in irgendeiner Folge gesagt Wenn der Anschluss läuft Oh Und da kriegst gleich ein Blue Screen, Alter So Kann ja nichts mehr schief Was ist da einfach da rum? Was ist da einfach da rum? Marcel Davies, Siss Marcel Davies, Siss Oh nein, nicht schon wieder raus Ich hab Angst Kommt, wir spielen in den Sandkasten Oh ja Ja Eine Frau nett Ja, perfekt Das, ich, ich muss mal auf den Spielplatz morgen Das geht ja nicht, ist ja Ausgangsbeschränkung Oh je Die Zugfahrt Jetzt hast du die Qualität, weil willst du in den Zug einsteigen und schnell Wahrscheinlich ans Ziel kommen Oder willst du schnell in den Zug einsteigen und sterben Herr Löffel ist Herr Löffel Wie viele Fahrscheine? Das glaub ich nicht Eins, zwei, vier, sechs, fünf, drei, acht, sieben, neun, zehn Also zehn hat's auf jeden Fall drauf Drei Kinderfahrscheine, bitte Was? Das war noch mehr als drei, ey Bitte Kinder, die Fahrscheine nicht verlieren Ähm Mein Fahrschein ist weg Die hat sich doch mal ja Ich bitte die Fahrscheine sehen Ähm Ja, wo ist er da? Oh, oh, oh Jetzt dreht aber durch Armer Pedro Du musst nach Hause Hoho, Peppa Gut, wenn ich gehen Fahrscheine, mein Ich krieg heute die sichere Albträume, Alter Oh je Jetzt spielen wir Fußball Ja Ja Warum sind die Väter eigentlich alle solche Murmeln? Was ist das hier? Viva für Arme? Tja, hättest du mal das DLT gekauft, um's Tor zu treffen 5,99 Euro bei EA im Store Ich bin Marcel Davies Oh Er hat's doch gekauft Was ist das? Alter, Alter Das ist gleich der Erdbeben bei Unge mit der Dahl Oh Gott Oh je Ja, genau Oh, schade, das war's schon Ich hab definitiv Albträume von den Lachen Und dann Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da Wenn ihr nicht hinterher abonniert Diesmal verabschiedet mich Und bin damit raus Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal